In meinen Träumen bist du der eine, mit dem ich ein Leben lang zusammenbleibe Du trägst mich auf Händen und bist immer für mich da, dank dir bin ich Du trägst mich auf Händen und bist immer für mich da, dank dir Du trägst mich auf Händen und bist immer für mich da, dank dir Schatz, meinst du, kannst du diese Sushi noch essen? War ja arschkalt nachts Oder ist das hart geworden? So ihr Lieben, wir sind jetzt auf dem Weg zum Saturn, erstmal hallo, wir haben uns ganz schön begrüßt Ja, wir haben jetzt gefrühstückt, jetzt fahren wir zum Saturn, weil wir brauchen ein Stativ Heute hat jemand geschrieben, dass die Vlogs ein bisschen so, wie sagt man das? Langweilig sind Und ja, ohne Stativ ist das Aufstellen scheiße, ehrlich gesagt Deswegen holen wir jetzt ein Stativ, damit wir halt besser filmen können wieder Und das Thema hatten wir vor zwei Tagen getan, dass unsere Videos langweilig sind Also ich glaube ihr wollt, dass ich auch so Kleinigkeiten aufnehme, wenn ich kurz mal hier irgendwo putze oder Frühstück vorbereite und so Aber manchmal bin ich so kaputt, vor allem jetzt, dass ich nicht mal Lust habe, die Kamera aufzustellen, dann mache ich schnell einen Terror und plötzlich Was denn? Doktor Doktor? Nein, Doktor Und ich finde das krass, wie viele Audels Musikgeschmack feiern Jeder Zweite hat nach dem Lied gefragt Lina, dir ist auch langweilig, ne? Ja, mach Kamera aus, dann kannst du ihr was nachdenken ettet Wir machen jetzt mal wieder So ihr Lieben, wir sind wieder zu Hause. Ich habe euch ja gesagt, dass wir bald ein Gewinnspiel machen. Die Pakete sind jetzt da. Wir machen das mal zusammen auf. Fertig, Schatz. An mir, an der Hau. An mir, an der Hau. Ja, dann ist das drin. So, ich zeige mal erst das für euch, okay? Und zwar könnt ihr diese mega schöne Babytreibung gewinnen. Ich habe die mir ausgesucht für euch, weil ich fand die richtig geil. Die ist auch neu. Schaut mal. Auf diese Babytreibung könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Ich würde auch gerne was dazu sagen. Genau. So, und zwar steht hier einmal Stretchtasche für Sauger. Also ist hier mit bei verstellbare Kopfstütze. Dann Tragsitz, verstellbar für Säuglinge bis zum Kleinkind. Äh, gepolsterte, anatomisch geformte Gurte. So, ich muss jetzt die noch kurz zu mir nehmen. So, Moment, wo waren wir stehen? Zwei Taschen mit Reißverschluss am Hüftgurt für Handy, Geldbeutel und Schlüssel. Ich will das jetzt nicht auspacken, weil das halt für euch ist, ne? Dann, äh, übrigens, das Gewinnspiel, die geht auf Instagram, damit ihr Bescheid wisst. Mesh-Einsatz zur Luftzirkulation zwischen Vater oder Mutter und Kind. Zwei übereinanderliegende dehnbare Taschen für Windeln, Feuchttücher und Kleidung. Krass, das wusste ich ja gar nicht. Das ist ja cool. Danach, Teilen-Schützgurt hilft das Gewicht des Babys auf die Hüfte des Trägers zu verlagern. Also eine richtig geile Trage. Ihr könnt, wie gesagt, mitmachen bei den Gewinnspielen. Die ist jetzt von Infantino. Ich bedanke mich auf jeden Fall dafür und... Geil. Hammer, hammer, geil. Das könnt ihr auf jeden Fall gewinnen. Dann hat Lina auch was bekommen. Ja, das ist für dich, ne? Nein. Ja, das ist für dich. Das, das ist für Lina, aber du kannst auch damit spielen, okay? Ja? Und zwar ist das einmal das hier. Das sieht so schön aus. Das ist so eine Play-Matte. Lina, geh mal kurz da weg. Das ist so eine Play-Matte mit einem Zelt. Und da kann man auch Mobiles dran machen, wie man das sieht. Also so eine Mobile. Oh, Moment. Ich muss mich mal so hinsetzen, dass ihr das alles erkennen könnt. Genau. Ihr könnt es einfach nur als Zelt benutzen. Hier sieht man auch, man kann es bis, keine Ahnung, 5, 6 Jahren benutzen. Bis die Kinder 5, 6 Jahre sind. Verknüpfbare Spielzeuge. Das Spiel, Spiegelmobilien lässt sich lösen. Danach Lego und Spiegel geben. Elemente zum Durchkriechen. Also richtig schön. Sollen wir das mal aufbauen zusammen? Ja? Das können wir bauen, wenn die hier auf die Welt kommt. Jetzt ist es noch zu früh. So, ich baue das mal kurz auf mit Lina und danach zeigen wir euch das Endergebnis. So, Lina. So, ihr Lieben, ich habe das jetzt aufgebaut. Ist auch gar nicht schwer gewesen. Man muss nur die Stäbe durch die, Moment, durch diese Dinger hier durchschieben. Die sind auch in derselben Farbe. Ja? Die Tür soll ich zumachen? Ja. Ja, okay. Und dann haben wir hier einmal so einen Spiegel. Die Sachen hier machen auch Geräusche. Hier ist so ein Weißring. Total schön und süß und bunt. Viele sagen ja immer, bunt ist sehr, sehr gut für Neugeborene. Dann kann man das hier mit so einem Klettverschluss zumachen. Und hier auch. So, für Lina ist das jetzt perfekt. Und hier ist dann nochmal so ein Loch, wo man reingucken kann. Hallo. Also richtig schön. Achime. Achime. Genau, das ist das Zelt. Hallo, Mausi. Ja, wir haben das jetzt direkt neben die Couch hingestellt. Dann kann sie jetzt hier schon schön spielen. Sie hat jetzt auch ihr Buch mit reingenommen. Wo ist dein Buch? Buch. Hast du das hier wieder hier hingebracht? Oh, der Ball. Bitte schön. So, Lina, du liest jetzt ein Buch. Tschüss. Nein, willst du doch kein Buch? Schläfst du jetzt da drin? Machst du EE? Nein, tschüss. Ja, du musst das von außen machen, Schatz. Also, richtig schön, ne? Gut, gut. Ja. So, ihr Lieben, das ist jetzt ab vier Monaten. Das kann natürlich jetzt Lina auch benutzen eigentlich. Das kann man nämlich zu so einem Tisch machen. Und dann kann man da drauf spielen. Da sind auch drei Autos dabei. Also, so Fahrzeuge. Ja. Das macht Musik. Mal schauen, ob wir das... Das ist eher von vier bis fünf Jahren. Also, von vier Monaten bis fünf Jahren. Da kann man auf jeden Fall drin sitzen, wie man sehen kann. Dann als Tisch. Und man kann das auch mitnehmen, wenn ihr zum Beispiel, wenn wir jetzt Lina oder Lia bei der Oma lassen. Sitzen, drehen und erkunden. Stehen, spielen und nachahmen. Genau. Ich schaue mal, ob Audabys aufbauen kann. Dann zeigen wir euch das nochmal. Sehr, sehr schön auf jeden Fall. Und am meisten freue ich mich natürlich, dass ich zusammen mit Infantino das hier an euch verlosen darf, weil das ist auch nicht selbstverständlich. Ist auch nichts Günstiges. Und ich glaube, hier kann man die Windeln reintun. Ich will das jetzt wirklich nicht auspacken, weil das ja für euch ist. Man kann das Kind auf jeden Fall entweder so tragen. Also, nach vorne. Oder dass das Kind nach vorne guckt. Oh Gott, ich habe zu viel geredet schon. Ist ab der Geburt. Und ab der Geburt ist natürlich viel besser. Ich finde, Hammer einfach. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir das an euch verlosen dürfen. Und die Gewinnspielbedingungen schreibe ich unten in die Infobox rein. Dann könnt ihr euch das anschauen. Ihr könnt das für euch mitmachen. Oder ihr könnt sagen, ich will das für meine Schwester, für meinen Bruder, für meinen Schwager. Keine Ahnung. Meine Freundin kriegt jetzt demnächst ein Kind für sie gewinnen. Genau. Die Bedienungen findet ihr auf jeden Fall unten in der Infobox. Und ich verlinke euch auch alle Sachen unten in der Infobox. Dann könnt ihr euch die Sachen mal im Internet anschauen. Dann könnt ihr euch die Sachen mal im Internet anschauen. So come on in, I'm a rockin' my heart, let it stop. I'm a fool in love, fool in love. I'm a rockin' my cups, rip them off. This is for the love, for the love. You'll be my anchor while I'm the same. For all eternity. I'm a fool in love, fool in love. I'm a fool in love, fool in love. I'm a fool in love, fool in love. I would never tell, would never fall apart. I drove my mad heart insane. Now all I do is fly and all I see is stars. Riding that shotgun wasted. You got me good, yeah, you got me bad. And you're bad as they come, boy. Through all the blue, times and the sad. You're still there. So come on in, I'm a rockin' my heart, let it stop. I'm a fool in love, fool in love. I'm a rockin' my cups, rip them off. This is for the love, for the love. You'll be my anchor while I'm the same for all eternity. I'm a fool in love, fool in love. I'm a fool in love, fool in love. I'm a fool in love, fool in love. So, ihr Lieben, wir sitzen jetzt gerade wieder im Auto. Ich habe jetzt endlich wieder mein Stativ. Und das ist kurz bei der Bank. Geld auszahlen. Und, ja. Aber sie soll auf jeden Fall heute noch ein bisschen rausgehen, weil wir waren ja heute nur... Wo waren wir eigentlich heute Morgen? Bei Saturn. Deswegen, ja, kann sie bei Taisos ein bisschen rumschnökern. Guck mal schauen. Also, Oda hat deutlich gesagt, heute wird nichts gekauft. Ich bin übrigens am Samstag in Dortmund mit meiner Mama und Hakan. Lina nehme ich mit. Ich weiß, das war das Risiko jetzt, aber... Ich denke mal, wir schaffen das. Meine Papa. Papa kommt da. Papa? Papa. 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 Passo? Papa. Papa, Daddy. Töy, Papa. Daddy. Knetu? Nein, Papa geldi. Ja, Papa, Daddy. Papa, Daddy. Kannst du jetzt sagen, Papa, Geldik? Kannst du jetzt? Zack, Mike, Geldi. Zack, Mike, Geldi. Ja, dafür bist du aber noch zu groß, äh, dafür bist du zu groß mittlerweile. Leute, schaut mal diesen Puppenhaus an. Wie geil. Richtig schön. Aber wenn man die Möbel reinkaut, also die kosten 99 Euro. Mit den Möbeln bist du bei 250. Das ist schön, ne? Aber, Lina, du bist zu groß dafür an dem. Schatz, kannst du sie mal da reinsetzen? Geht nicht. Egal, die soll so schaukeln. Ja, das ist auch für kleine Kinder. Nicht für hier. Oha, guck mal, wie das rutscht. Wenn du die einmal zu schnell schaukelst, die fliegt zwei Meter. So, wir sitzen jetzt hier und Lina spielt. Wir können gleich quischen. Das ist ein Ei, ne? Der Ei. Da, 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 da. Und für Lina nehmen wir übrigens das hier mit. So ein Manikürset, der wird jetzt runtergesetzt auf drei Euro. Der Ei, da, der Ei, Mama, da, da, Mama, Mama. Das ist orange. Ja. Ist das orange? Ja, da sind Bälle, ne? Und dann kaufen wir noch diese, äh, Lina, äh, Waschlappen. Die waren jetzt auch reduziert auf drei Euro. Das sind diese Waschlappen zum Baden. Auf jeden Fall perfekt. Weil das haben wir gestern vergessen bei Rossmann. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.